Also wir fangen jetzt an und das ist tatsächlich der erste Take. Das ist ja noch keinmal gemacht, das war... Wie macht ein Maulwurf? Das nennt sich dann Pütz ins Markt hilft und das haben wir uns natürlich für euch angeguckt. Scheiße! Well, das war auch nicht schnell. Können wir das nochmal sehen? Ja? Dann bitte! Das große Geschirr! Siehste Latte Stromberg, wieder lauf! Siehste Latte Stromberg, mit der großen Schau! Die Strafung fassen! Halt, dann verköpft die Zubar! 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 Okay. Nein, das machen wir ja nur bei der zweiten Kamera. Ich mach das, damit du weißt, ob man beschneiden muss. Dann kannst du den Style einfach vorspulen. Das ist gut. Und das Schöne ist, sie haben ihn jetzt gerade nochmal richtig schön gekärchert, richtig schön nass gemacht. Das ist dann auch den Popo ganz schön. Wunderbar! Wildwasserbahn und Schwiebel in einen. Dann musst du dir auch nicht den Vorwurf geben, dass du die eingenäst, das war vorher schon nass. Oh, das schneiden wir raus, glaub ich. Besser ist es. Ja, normalerweise geht... Der Ding ist so böse. Wir stehen vor dem Spuk, ich hab meine böse Seite ausgegraben. Das ist mein Job, mich hier anzupassen. Warum ist die Kamera jetzt in die falsche Richtung, ne? Ist ja auch gar... Ist ja auch gar... Ach nee, so. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten. Los geht es. So, wir fahren als erstes einen kleinen Berg rauf. Einmal eine kleine Schleife. Ich glaube, dieser Stopp ist etwas außerplanmäßig. Aber war geil dieses Jahr. Ja, ganz ehrlich, wir haben viel machen können, ne? Total, ja. Und so viele unterschiedliche Sachen auch. Also, dieses Jahr war... Es wird hier noch geschraubt. Aber man muss das machen. Warte mal. Scheiße. Also, der schneidet das noch nicht mehr. Hallo, wir drehen hier. Können Sie bitte den... Ja. Dann mach ich mir mal einen Zopf. Sonst haben wir nämlich gleich kein Bild mehr. Ja. Stimmt. Stehen wir uns gerade vor. Wir fahren runter. Man sieht rote Haare. Wir kommen wieder unten dran. Was habt ihr gesehen? Rote Haare. Nur rote Haare. Aber hey, ich hab gehört, es gibt Leute, die mögen meine Haarfarbe sehr. Ja, genau. An dieser Stelle könnt ihr posten. Fandet ihr braun besser oder findet ihr das rot besser? Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Das nehm ich eigentlich mit rein. Warte. Jetzt müssen wir auch so einziehen. Genau. Ja. Musik Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns definitiv und ja, mögen die Spiele beginnen. Let's Fetz! Let's Fetz wollte ich noch mal mit einbringen. Let's Fetz kann man natürlich, ich finde, das hat man auch lange nicht mehr gehört, Let's Fetz. So, man schneidet den Bums her.